Moin moin und willkommen zurück. So, wir sind noch bei Chasen und spielen dieses Spiel und wir kommen ja nicht weiter. Das heißt, wir kommen auch nicht weiter, wo man den Code eingeben muss. Um den Code zu finden, ich habe mir jetzt diese Dokumente mal durchgelesen hier. Wenn man die sich durchliest, dann erfährt man, dass die Gefälder an der Wand was damit zu tun haben. Das heißt, wir gucken uns das jetzt mal an. Also wir müssen ja auf jeden Fall ein Schwerter finden, ein Schwerter mit Sternen und so Betränke. Und hier sind zum Beispiel dieses, das ist eine Raum, wo man die, wo wir es von haben, hier sind drei Schwerter. Das heißt, wir schreiben uns definitiv einmal auf, dass wir drei Schwerter brauchen. Das könnte also der Trick sein für die drei, weil hier sind Sterne, hier sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Sterne an der Wand. Machen wir auch mal, Sterne, sechs. So, weiß ich weiß nicht, ob ich das tun habe, aber das ist jetzt einfach nicht meine Vermutung. Also hier haben wir das eine Bild mit sechs Sternen, viele zähle ich zumindest. Dann haben wir drei Schwerter. Und hier, wie viele Kerlchen, jetzt eigentlich stehen zwei Kerlchen. Also, ich würde sagen, drei, sechs, zwei. Das versuchen wir jetzt mal. Weil sonst bin ich auch am Ende und weiß nicht mehr, was Sache ist. Aber ich glaube, das ist die Lösung. Das suchen wir jetzt auf jeden Fall. So, ich würde kommen hier. Ja, ich würde sagen, wie das die Lösung ist. Okay. es geht ja nicht anders hier bin ich hier bin ich das jetzt auch nicht Da habe ich mich leider überfragt. Das wäre für mich das einzig Logische jetzt. Weil wir längs müssen. Wenn wir jetzt hier hochkommen, ich weiß nicht, das ist der richtige Weg jetzt. Das war nicht so einfach das Spiel. Also das ist das wirklich, ich glaube nicht. Obwohl, meine eigene Schuld, ich hätte immer die Journale alle durchlesen können. Nicht nur immer einfach überspringen. Aber ich habe mir eine ruhige Minuten zum Durchlesen. Klar, tatsächlich, es gibt ein paar Hilfen. So, gucken wir mal. Werner hatten wir sechs. Und wir hatten welche zwei. Und Schwert hatten wir drei. Okay, ich bin gespannt. Wirst du? Das so dumm sind wir da doch nicht. Woher rum jetzt? Nein. Wer ist denn? Oh, warte, 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 du musst wir ein Leben nehmen. Wie der Energie nehmen, also da? Oh, ein bisschen. Das war, nicht viel, ne? Auch der Pok-Oper-Wort-Gescriber-the-Name-Finds. Der ist wahrscheinlich tot. Die Uhr haben wir gefunden. so so ist so hier wäre ich die ordentliche goldgeherrn er sammelt hier müssen wir mal speichern weil das jetzt verlieren wäre super ärgerlich Ok. Obt ihr oben links? Ok. Ich sollte leider rüberkommen lassen. Wir haben Sprung, glaube ich, hier. Gut. Ah, weiß auch. Jetzt müssen wir leider unser Leben nehmen. Diese Portion, weil... sonst sind wir auf jeden Fall nicht dabei. Jetzt gehen wir auch weiter drauf. Bin an das. Das war zu... da war ich zu... Boah, Level Up. Das war zu lange. Obst du denn stehen? In Ernst. Keine Bläser. Okay. Machen wir hoch. Jetzt muss ich gerade hoch. Machen wir mal. Das gehört zu einem Boss. Das sind schon die... Dann finden wir hier noch einen Speicherplatz. Sehr gut. Wenn wir den Boss jetzt nicht besiegen... Ohne machen müssen, ne? Ist ja auch wichtig. Oh. Entwohlen. Oh. Da sind kann ich jetzt schon... Oh. Alter Schwede. Was ist das? okay okay wir wissen es jeden fall wie man den besiegen könnte hat eben dass wir können direkt reingehen wieder zum gegner alles nicht ohne also die taktik lernt aber noch einmal also den habe ich schon also den tauschen aber das ding ist einfach wesentlich besser das haben wir jetzt nicht er macht das auch nicht gut rein aber noch hier drin so auch wenn wir nichts tun am anfang ich bin ich bin ich bin gut hier hat er viele taktiken hatte aber ich auch möglich los links hier drüben kann ich springen davor das kann man auch nicht ahnen dass er jetzt das ist Oh Oh. Ich muss vorsichtiger sein, ich glaub ich glaub das war's gut. Also der ist schon fair, der Gegner. Oh, das ist schon fair? Nicht so, dass es unfair ist, den kann man auf jeden Fall besiegen. Nur ich stell mich natürlich ein bisschen doof an. Jetzt zum Schluss hab ich mich ganz gut angestellt, aber... So, jetzt machen wir den noch mal kalt. Durch, ne? Ich habe einen. Ich habe einen. Vielleicht auch wieder da einig. Ah ich hab ihn nicht zu hören. Ich hab ihn also ein bisschen nicht miteinander ge polishiert. Weil, ich bin ja... wir spielen ja ja auch ein bisschen hinter genug. Ah, was ist das? Ich will das, der war da. Ich will das, der Killer unlockt. ich weiß ganz leicht haben wir sind schloss die 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 das ist ja die stelle wo wir denn überall hinkommen können aber lass uns doch einmal zurückgehen ins Dorf denn wir haben jetzt so viel Geld in der Tal Werner können wir auch gehen, da haben wir zwei drei Leute befreit noch mal nur eins auf jeden Fall Oh hey there, I was hoping, ich habe gehofft, dich wiederzusehen Er hat seine Deck of Cathern Okay, da war irgendwann so eine Lunchbox drin Oh, ich wollte es eigentlich erst mit dem Freitag holen, aber es war weg Das finde ich, gib es mir bitte zurück Was machen wir? Okay, ich habe kein Glück Ich habe kein Glück Du kriegst auf jeden Fall was von uns Oh, Juki, hast du einen Tonic, jetzt kann ich das auch machen Oh, Juki, hast du einen Tonic, jetzt kann ich das auch machen Ja, kannst du aber jetzt bist du nur die geilste Banker Kann ich das auch machen? Ja, kannst du aber jetzt bist du nur die geilste Banker Kann ich das auch machen? So, herr, ich hab ein paar Sachen haben wir uns Wollen wir mal verkaufen So, herr, den wir gefunden haben, kannst du auch machen Und die auch So, und jetzt, ich will das kaufen Und zwar Alles höher Back attack Okay Hier Leites Schwert, okay, kann man auch nicht machen Aber den kaufen wir auf jeden Fall mal hier Ein schöner Helm Ein schöner Helm Der Arke ist Der Arke ist Okay, wir schauen mal nicht, wir kaufen ja nicht alles Wenn du nicht so was haben wir So, verpaar Bleibt Das ist schwer Ich weiß nicht wieviel er macht. Ich bekomme mal die Axt. Haben kannst du dann die Hellbar. So, wir equipen hier. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Warte, ich speichere noch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.